Eigentlich hatten wir ein ganz anderes Produkt an dieser Stelle eingeplant, aber gerade frisch vor einer Stunde kam sie herein geflattert. Ein brandneues Produkt, wir haben das ausgetestet allesamt, wir sind so hin und weg, wir haben gesagt, boah krass, wie geht das, das sieht ja aus wie Punkt, 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 ist aber ein Bruchteil dessen, beziehungsweise kostet ein Bruchteil dessen, was sie fürs Original zahlen müssen. Aber was ist jetzt dieses Tolle, was uns alle fasziniert, eine Fitnessuhr, aber so genial, wir haben es schon vor der Sendung, Kathi und ich, wir standen da, boah ist das cool und was das alles kann und wie gut das funktioniert, oder? Wir sind hier schier steil gegangen, Anna und ich gerade, sind total ausgerastet, es ist wirklich unglaublich, es macht richtig viel Spaß, wir haben geladen, wir haben uns die App runtergeladen zu dieser Fitnessuhr und haben dann angefangen damit rumzuspielen und es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist eine ganz, ganz tolle Uhr, die man am Handgelenk hat, die aber einen unterstützt, die einem dann natürlich hier auch bei diesen klassischen Fitness Features, die man so kennt, schauen Sie mal, ist das genial, allein sowas, wie toll sieht das denn bitte aus? Das ist erstmal ein ganz, ganz tolles Farbdisplay, erstmal sowas hier, ich muss Ihnen das mal zeigen, das ist wirklich der Wahnsinn, ein Farbdisplay und zwar hier richtig groß, 3,1 cm, ein IPS-Display in Farbe, das man wirklich mega genial ablesen kann, also wirklich sensationell. Ich habe sowas noch nie erlebt bei so einer tollen Uhr, also sieht wahnsinnig aus, schauen Sie mal hier, super, oder? Also mega cool und dann hat man hier vorne gleich drauf, einmal natürlich die Schritte, die man schon zurückgelegt hat im Laufe des Tages, die Kalorien, die man schon verbraucht hat. Das ist wirklich sensationell und was man von seinem Tagesziel erreicht hat. Und dann kann diese tolle Fitnessuhr hier auch unter anderem, da sehen wir nochmal die Schritte, Blutdruck und Herzfrequenz messen, Schlaf überwachen, wenn man das möchte. Sie können Ihren Blutsauerstoff anzeigen lassen, wenn Sie das möchten. Sie können manuelle Sportarten auswählen und darauf optimieren dann natürlich auch Ihre Schritte bzw. Ihren Kalorienverbrauch. Das gesamte Gerät hier, so wie Sie es sehen, das ist richtig Metall, das ist super genial, das ist auch wasserdicht. Sie können mit der Uhr jetzt schwimmen gehen, das hat einen IP68 Standard, das ist zum Schwimmen gehen, weil Sie können es auch auf Schwimmen optimieren. Sie können damit schwimmen gehen, super genial, das ist so ein spezielles 9H Display Glas, nennt sich das. Also auch wirklich sensationell von der Verarbeitung. Ich hatte die jetzt schon an, war da echt begeistert. Sie können dann, wenn Sie es mit dem Smartphone verbunden haben, da unter anderem auch die Kamera und die Musiksteuerung vornehmen. Und das ist wirklich von der Einrichtung her eine der genialsten Fitnessuhren, die ich bisher erlebt habe, weil die Synchronisation, die erfolgt wirklich live und auf die Sekunde. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Sie sehen das jetzt, warte, ich hoffe, man kann das zeigen, 1784 Schritte. Komm, ich halt. Sehen Sie das da? 1784 Schritte. Und wenn ich jetzt, du kannst es vielleicht mal halten, es ist jetzt verbunden, wenn ich jetzt hier mal ein paar Runden um unser Sofa machen würde. Ja, ich könnte jetzt hier mal ein paar Runden um unser Sofa eben laufen. Sie würden sehen, dass das sofort auf meinem Smartphone die Schritte direkt dann, ich laufe mal eben ein paar Runden, wie die Schritte dann direkt da mitzählen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich laufe mal eben ein paar Runden. Da sieht man da direkt, wie sich die Schritte dann vermehren. 1804. Schauen Sie mal, schauen Sie mal, ich bin jetzt ein paar Runden ums Sofa gelaufen. 1808. Ich laufe noch mal eine Runde. Achtung. Ich laufe mal. Man kann das direkt auf dem Smartphone verfolgen, wie ich laufe. Ich laufe noch mal. Sehen Sie das? Das ist jetzt live auf meiner Fitnessuhr und direkt live quasi auf dem Smartphone. Das kann man direkt live dann vergleichen, wie sich das hier verändert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also super genial das Ganze. Mega cool. Ja, also diese Synchronisation ist super. Und das jetzt nicht nur für die Schritte, sondern natürlich auch hier für Herzschlag. Ich kann jetzt hier auch direkt meinen Herzschlag messen, wenn ich das möchte. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin ja gerade gelaufen. Bleibe ich hier einfach mal drauf. Und dann wird hier sofort eine Messung gemacht. Dann kann ich hier nämlich auch auf Herzschlag gehen. Und dann kann ich nämlich hier messen. Und dann wird das auch hier sofort synchronisiert. Und dann kann ich mir das angucken, wie hier mein Herzschlag aussieht. Sehen Sie das? Sofort das Gleiche. Zack. So wie hier auf der Fitnessuhr, als auch dann hier 128. Bam. Und hier steht auch lebhaft. Du bist gerade gelaufen. Das ist ja hier so eine Ampel. Das finde ich auch immer toll. Du hast die Auswertung. Genau, weil du wirst nicht mit diesen Werten alleine gelassen. Zack, bumm, hier dieser Wert. Damit kann man ja nicht wirklich viel anfangen, sondern man hat hier dieses Ampelsystem. Du hast alles hier toll gemacht in der App. Du hast hier das Ampelsystem. Du hast hier auch hier immer noch die Möglichkeiten, dir die Werte anzuschauen, die du schon hattest. Ich habe ja heute schon ein paar Mal gemessen. Im Laufe des Tages kannst du dann hier immer auf die Werte auch draufklicken. Hast da natürlich immer auch nochmal Auswertungen dann von den jeweiligen Werten. Kannst dir anschauen, was war da. Also hast es wirklich dann toll dargestellt. Nicht nur hier beim Herzschlag, sondern zum Beispiel auch bei deinem Blutdruck oder Blutsauerstoff. Da wird dann hier auch oben immer in diesen Anzeigen nochmal genau erklärt, wenn du da draufklickst, was ist der Blutsauerstoff überhaupt, was ist das für ein Wert, wozu nutze ich den. Und auch hier immer nochmal das Ampelsystem, sodass du immer genau schauen kannst, ist da vielleicht irgendwas, sollte ich vielleicht einen Arzt aufsuchen, weil so etwas ersetzt natürlich nicht den Arztbesuch. Aber man hat tolle Richtwerte. Also das ist wirklich mega genial gemacht. Super übersichtlich. Man hat dann auch die Tage, die unterschiedlichen Messungen dann toll hier in der Übersicht. Das ist fantastisch. Dann haben Sie hier natürlich auch, Sie sehen das hier, Alarm, Fotoauslöser von Ihrem Smartphone, all sowas mit dabei, was Sie einstellen können. Und Ihre persönlichen Daten, wo Sie auch ein Ziel einstellen können, wenn Sie wollen. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Sehr intuitiv, sehr übersichtlich gemacht und halt alles in Echtzeit optimiert. Sie können natürlich dann auch Ihren Schlaf nachts mit überwachen, wenn Sie das möchten. Mega genial, einfach und halt wirklich toll gemacht. Also für 47,41 Euro. Brandneu ist gerade bei uns eingetroffen und halt wirklich den ganzen Tag über zu tragen, auch bei allen Sportarten, die Akkulaufzeit. Auch darauf muss ich nochmal zu sprechen kommen. Das sind hier sieben Tage bei unserem tollen Gerät. Sieben Tage Akkulaufzeit und wir haben eine ganz, ganz tolle Ladeclip mit dabei. Es wird da einfach so eingeklipst und dann lädt es. Genau, einfach so einklicken. Das finde ich toll. Dann muss man nicht immer suchen, ja, wo ist der Anschluss jetzt? Ja, schauen Sie mal, das ist hier so eine Klammer. So, und die einfach nur dranklipsen und schon kann ich das laden. Das finde ich auch ultra cool. Also das gefällt mir auch besonders gut. Ist natürlich nur eine Spielerei von vielen. Ja, für 47,41 Euro. Weißt du, mein erster Satz, als ich in die Sendung gekommen bin und die Uhr gesehen habe, habe ich gesagt, seit wann stellen wir die Produkte vor? Also dieser ganz bekannte Hersteller, wo man mal eben 300 Euro für so einen Fitnessarmband bezahlt. Liebe Zuschauer, 47,41 Euro ist wirklich ein fantastischer Preis. Das Ganze in Echtzeit. Sie können hier die Werte sehen. Sie müssen das nicht mit dem Smartphone machen. Ist natürlich eine Option, die ist gratis. Ja, die App ist gratis. Es ist einfach toll und sie sieht auch rattenscharf aus, oder? Natürlich. Und man kann hier tolle Einstellungen vornehmen. Ich habe ja jetzt hier mal den Ton ausgemacht. Sie können natürlich auch noch einen Ton einstellen, wenn Sie möchten. Sie können die Helligkeit vom Display einstellen, wenn Sie möchten. Sie können unterschiedliche Hintergründe einstellen, wenn Sie möchten. Also unterschiedliche Designs von dieser Uhr, wenn Sie das wollen. Also es gibt wirklich tolle Spielereien, die man dann noch machen kann. Aber hier alleine, dass man halt die Möglichkeit hat, auch zum Beispiel, wenn man mal ein bisschen joggen geht oder walken geht, das zu optimieren. Dann genau zu wissen, wie viele Kalorien habe ich da verbraucht. Oder auch wenn man mal Fahrradfahren geht, das auf die Sportarten zu optimieren. Hier nochmal schön zu sehen, dieser optische Sensor, den wir im hinteren Teil haben. Speziell ein optischer Sensor für Blutdruck und Herzfrequenz und auch die Blutsauerstoffmessung. Also das ist wirklich was ganz, ganz Feines. Das ganze Gerät hier nochmal ganz wichtig. Komplett wasserdicht, IP68 Standard. Und sowas jetzt für unter 50 Euro. Alles aus Metall, alles wahnsinnig gut verarbeitet. Das ist eine Sensation, die wir hier für Sie haben. Also da müssen Sie wirklich schnell sein. Das wird sofort, also das braucht nicht lange, da wird das Ausverkauf sein. Davon gehe ich aus. Und wenn wir Mitarbeiter selbst zehn Stück davon kaufen, ist übrigens auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wie gesagt, das ist brandneu reingeflattert. Wir hatten eigentlich was anderes für Sie vorbereitet, aber wir mussten Ihnen das einfach zeigen. Das wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. Schlagen Sie jetzt zu. NX4523 und die 569 und dann ganz viel Freude hiermit.